Heute gibt es Inspiration zum Thema Winteroutfits. Leute, es ist wieder soweit. Der Winter steht vor der Tür, beziehungsweise ist fast schon da. Und es wird wieder Zeit für ein Outfit-Inspirationsvideo zum Thema Winteroutfits. Alle Outfits habe ich euch selbstverständlich wie immer auch unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei und lasst euch inspirieren. Starten wir mit dem ersten Outfit. Das erste Outfit ist wohl ein Look, den man wirklich jeden Tag im Winter tragen kann. So ein All-Day-Winter-Look. Ich trage hier eine hellgraue Wollhose mit Buntfalte. Darüber einen dunkelgrauen Rollkragen in Feinstrick, den man tatsächlich auch wirklich jeden Tag im Winter tragen kann. Und darüber einen dunklen Mantel und einen grauen Schal. Abgerundet wird das Outfit nochmal mit Chucks All-Star in schwarz-weiß, die einfach eine etwas dickere Sohle haben, passend für den Winter. Outfit Nr. 2. Hier trage ich High-Top-Leder-Sneaker von Adidas. Eine sehr entspannte, so eine Art Jogginghose in beige. Einfach etwas weiter geschnitten. Wirklich super lässig. Da drauf einen beigen Hoodie. Und da drüber jetzt meiner Meinung nach das Highlight hier vom Outfit. Und zwar eine mintfarbene Teddyjacke. Und um das Outfit nochmal abzurunden, dazu noch ein mintfarbenes Beanie auf den Kopf. Machen wir weiter mit einem All-Black-Everything-Outfit, was auf gar keinen Fall fehlen darf in einem Outfit-Video von mir. Unten trage ich hier Chunky-Chelsea-Boots, die tatsächlich einen richtig heftigen Absatz haben. Sind auch gerade wirklich voll im Trend. Dazu eine 7,8 Crop-Trouser, die perfekt abschließt zu den Chelsea-Boots. Da drüber ein Feinstrick-Pulli in schwarz. Und auch hier wieder ein absolutes Highlight die Teddyjacke in schwarz. Abgerundet mit einer schwarzen Beanie und einer coolen Sonnenbrille. By the way, falls du dich grundlegend ein bisschen weiterentwickeln möchtest zum Thema Outfits und Styling, dann check auf jeden Fall mal das E-Book dem Men's Style Guide aus. Mit dem Gutscheincode DALENCORDE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Last but not least, machen wir weiter mit dem letzten Outfit. Hier trage ich beige Chunky-Schnürstiefel, eine blaue, etwas feinere Hose, auch eine Crop-Trouser an der Stelle, ein Sweatshirt in beige und dazu einen coolen Mantel, der auch ein bisschen Struktur hat, in Kombination mit einem Schal. Und in dem Schal finden sich eigentlich alle Farben wieder, die ich hier im Outfit kombiniert habe, was ich an dieser Stelle sehr nice finde. Passend abgerundet mit einer Brille und einer Winnie. Hier nochmal alle Outfits im Überblick und schreibt wie immer gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch heute am meisten zugesagt hat. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen Inspiration liefern für eure Winterlooks und für eure Winteroutfits. Ich habe euch selbstverständlich alle Kleidungsstücke unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Ich wünsche euch auf diesem Wege einen wundervollen Winter mit richtig coolen Outfits.